Nach diesem moralisch wertvollen Beitrag in der letzten Folge, zum Ende der letzten Folge, sind wir wieder zurück hier in Starbound. Und wie geht's dir denn, nachdem du das jetzt ausgesprochen hast? Ich muss sagen, es geht mir besser, aber ich freue mich schon darauf. Wir haben jetzt, die Aufnahme läuft ja quasi gleich nach der nächsten Folge. Wir sind ja immer noch im selben Spiel sozusagen, in derselben Aufnahme. Aber ich freue mich trotzdem schon auf die ganzen Leute, die sagen, wie kannst du denn die Kirche so verunglimpfen? Und da muss ich direkt schon mal vorab sagen, bevor ich diese Kommentare überhaupt lese, muss ich sagen, nicht Gott hat die Kirche erbaut, Menschen waren es. Wenn Gott so bescheiden ist, wie er gepredigt wird, dann wird er mit Sicherheit keine Kirche haben wollen. Oder zumindest keine, keine Huldigungsstätten. Sondern die Kirche vielleicht eher als Ort der Zusammenfindung, der Selbstlosigkeit und als Ort dessen, wo man Gutes tut. Nicht wahr? Das hast du wieder wunderschön gesagt. Und da will ich noch anfügen, dass ja dann eigentlich auch der Gott für alle da sein sollte, die nicht in die Kirche gehen. Richtig, das sehe ich aber genauso. Gott ist ja für alle da. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir Weißgott nicht vorstellen, haha, Weißgott. Ähm, Schwarzgott, Entschuldigung. Ich kann mir Schwarzgott nicht vorstellen, äh, dass man in irgendeinem komischen Kämmerchen seine Sünden predigt, drei Rosenkränze, drei Rosenkränze betet und schon ist einem vergeben. Nee, das kann ja nicht so in der Sache sein. Das ändert ja an der Tatsache eigentlich nichts. Ja, und das ist ja immer noch eine menschliche Institution. Da vergibt einem doch der Priester nicht. Gott, aber der Priester ist das Sprachrohr Gottes. Ja, nee, sehe ich nicht. Das ist schlimm, man weiß ja heutzutage schon gar nicht mehr, ob das wirklich ein Priester ist, der da hinter der Dings sitzt. Ja, und vor allen Dingen, wann hat Gott denn gesagt, die Priester sind mein Sprachrohr? Hab ich nie gehört oder hab ich nie irgendwo zitiert gesehen. Ah, das hat er beim Billiardspielen letztens aber noch gesagt. Hast du da nicht hingehört? Nee. Von der Kneipe waren's? Hab ich nicht so mitbekommen. Huh, was ist das denn hier? Wann war's? Eine üble Kreatur sprang mir just ins Gesicht. So sprichst du aber jetzt nicht gut über Gott. Nein, nein, das war ja eine üble Kreatur. Das war mit Sicherheit der Satan. Satan hört sich immer an wie Satan. Muss also was Gutes sein. Hm? Oder wie ein Shampoo. Oder wie ein gutes Shampoo. Satan. Satan. Kennst du Satan Ibrahimovic? Nee. Ist das ein Fußballspieler? Ja, ja. Ah, weiter. Alter, hier ist wieder Teamspeak, hier ist wieder massiv am Ausrasten bei mir gerade. Ja, ja, ja. Bei mir auch gerade. Bei dir kann man's rechtfertigen, weil du so eine Droidenstimme dann hast. Das ist eigentlich schon ja gut. Aber bei dir, ich hör dich manchmal gar nicht. Das ist echt krass. Böwi gar nicht. Ich hör dann kurz was, wie du was sagst und dann ist kurz Pause und dann redest du einfach weiter so. Das ist aber merkwürdig. Klar komisch bei diesem Teamspeak hier. Hab ich schon gesagt, dass ich in die Trado mal anschreiben muss? Hab ich immer noch nicht gemacht. Aber ich hatte die letzten Tage auch andere Probleme. Aber ihr habt jetzt ein altes Live-Server von die Trado. Ja, genau. Wobei ich die letzte Aufnahmerunde ausgesetzt habe aus gesundheitlichen Gründen, was einfach mal vernünftig war. Hab ich mal auf mich geachtet ausnahmsweise. Muss ja auch mal sein. Mhm. Selten darf man das auch mal machen. So. Den einen Diamanten nehme ich mit, den anderen nicht. Der war mir jetzt egal. Wir sind übrigens immer noch auf Rohstoff-Suche. Falls sich jemand wundert, warum, weil unsere Rohstoffe alle weg sind, wegen eines Patches. Wer genauere Infos will, in der vorletzten Folge haben wir darüber gesprochen. Heute Abend hier wieder bei Domian. Wen haben wir denn in der Leitung? Ja, ich, äh, ich, äh, hallo? Ja, hallo? Wer bist du? Was kann ich für dich tun? Ich bin der Mikkel. Ich hab, äh, also, ich weiß ja nicht, ich hab, äh... Mikkel hat sie, hat sie doch. ...ne große Vorliebe für Fleisch. Für Fleisch. Mikkel, das ist gar kein Problem. Wir alle mögen gerne mal Fleisch, außer ich. Ich bin natürlich Veganer und es ist hip und trendy, Veganer zu sein und vegan, vegan. Ich wiederhole das Wort noch dreimal. Mikkel, was... wo klemmt's denn mit deinem Fleisch? Ja, das Fleisch klemmt in meinem Arsch. In... Gut, Mikkel. Pass auf. Wir machen das ganz kurz. Ich habe jahrelange Erfahrung in dieser Art der Therapie. Habt ihr einen Staubsauger, Mikkel? Gott. Was denn? Nee, da kann ich schon gar nicht mehr ernst bleiben. Das geht einfach nicht. Was? Oh Gott, ich stehe da gerade vor, wie der... Wuuuuh! Hui! Das Staubsaugerrohr mit Fleisch besetzt. Äh, pfff. Hm. Nee. Zwei Stunden? Selbst wenn das gespielt ist bei Domian, ich könnte da nicht ernst bleiben. Respekt vor den Leuten, die da anrufen. Ja, das stimmt. Und teilweise könnte ich... Weil dann hier echt alles echt ist, also... Also bei manchen Sachen... Aber andererseits, Menschen sind ja immer zu allem fähig. Hatten wir ja schon mehrfach das Thema. Ich glaube, dass... Ich glaube, dass vieles da echt ist. Ich erinnere mich da gerne an die Mettfrau. Oh, nee. Und vor allen Dingen dann auch so, dass... Bis das Mett dann grau wird... Oh, Alter. So ekler. Ich kann... Ich wünschte, es wäre alles fake. Ich wünschte, es wäre einfach alles fake. Oder dieser eine, der immer mit seiner Kettensäge schläft. Nö, das kann ich gar nicht. Was war denn? Der macht sich... Der macht sich... Der macht die Kettensäge an und... Der macht die an. ...setzt sich da drauf. Also, er setzt sich nicht auf das Sägeblatt, aber halt auf die Kettensäge selbst. Die dann ja vibriert und dann... Ja. Der setzt sich auf die vibrierende Kettensäge. Warum muss es eine Kettensäge sein? Warum nicht ein Spaßstab aus dem Erwachsenenladen? Ich weiß es nicht. Ich will's... Ah, nee. Und was passiert, wenn man aus Versehen abrutscht? Das fändet er wahrscheinlich auch noch geil. Ich weiß es nicht. Aber nicht, wenn du mit der Beefy in die Klinge fällst. Ja, die sind krank, die Leute. Frag mich nicht. Sehr merkwürdig. Ich meine... Ich will das jetzt nicht verurteilen, wenn Leute irgendwelche komischen Vorlieben haben. Ich meine, man kann ja... Es gibt ja Leute, die rubbeln sich an Möbelstücken und sowas. Ich kann es selber nicht nachvollziehen. Ich will es aber auch nicht verurteilen. Solange keinem dabei wehgetan wird, ist alles in Ordnung. Aber... Eine Hackfleischfrau. Wie ist das Hackfleischfrau? Ich meine, alles, was mit dem Thema und mit Essen zu tun hat, das ist eh widerlich, finde ich. Apfelkuchen? Apfelkuchen-Pussy. 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 Kennst du nicht? From Dusty Dawn. Iiii. Okay. From Dusty Dawn kennst du aber. Nee. Du kennst From Dusty... Was? Du hast From Dusty Dawn nicht gesehen. Domi! Domi! Also From Dusty Dawn musst du aber gucken. Ja, ich sag ja, ich bin nicht so ein Filmmensch. Ich bin echt, was das angeht... Unfassbar. Versteh ich gar nicht, aber Serien guckst du gerne? Serien guck ich super gerne, ja. Weil die so kurz sind und Filme zu lang, oder was? Ich weiß nicht, bei Filmen ist das immer so fast immer das gleiche, finde ich. Es ist immer irgendwie so... Ja, weiß ich nicht. Aber es gibt so viele gute und so viele verschiedene Filme. Ja, das ist es ja. Ja, ich hab auch... Ich... Find's ja cool, dass es viele Leute gibt, die gerne Filme gucken. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so der... Hm. Hm. Komisch. Vielleicht ist es auch einfach nur das Hinsetzen und dann einfach nur eineinhalb oder zwei Stunden da zu sitzen und irgendwas zu gucken. Vielleicht ist es das auch einfach. Ja gut, das kann sein. Die Ruhe hab ich oft auch gar nicht. Die letzten Tage komischerweise schon eher. Notgedrungen. Und so eine Serie kannst du einfach mal zwei Folgen gucken und dann ist gut. Das stimmt. Aber so Serien-Marathon machst du ab und zu auch mal, oder? Dass man einfach mal sagt, komm ich setz mich jetzt mal ein paar Stunden hin. Oh ja, bei Breaking Bad war das extrem. Da hab ich mal eine ganze Staffel in einer Nacht geguckt. Ach du Heilige. Ja gut, da bin ich raus. Oder Walking Dead ist auch mega. Interessanter... Interessanterweise hab ich bei beiden Serien irgendwann aufgehört. Gibt's nicht. Das ist nur Sünde. Ich weiß... Ich weiß selber nicht warum, aber irgendwie... Vielleicht weil es mir einfach zu übertrieben war oder keine Ahnung. Nee, bei Walking Dead war es nach der zweiten Staffel, hab ich gar nicht mehr weiter geguckt. Einfach weil ich die zweite Staffel doch ein bisschen... Ah, fand ich ein bisschen oll irgendwie. Die war nicht so gut. Fand die dritte nicht so gut. Ja, das beruhigt mich aber. Huch! Aber die zweite ging eigentlich gut. Boah, ein Sandscheißer. Nein! Mach mich nicht tot, Junge! Okay, Gott sei. Ich bin glaube ich gleich wieder oben, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich hab mich gerade nach oben gegraben, Albrecht. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Huh? Hm? What? Frameskip. Frameskip? Frameskip? Uhuuu! Was denn? Nichts. Ist eigentlich wirklich... Hast du das Team gefunden? Naja, eigentlich nur oben eine riesige Sanddecke und das heißt natürlich immer... ...dass ich da gleich reinbuddeln muss oder reinschaufeln muss und gucken, was runterkommt. Juhu! Juhu! Ist auch ein Fetisch, ne? Das reinbuddeln? In Sand. Hier in Starborn natürlich nur. Ja. Also ich hab jetzt keinen Sandfetisch. Oh geil, eine Sandkiste. Ja. Hock da da immer im Kinder... Im Kinderkasten. Boah. Boah. Der rinkelt sich so im Sand. Hahaha. Ich mach nen Engel. Ich mach nen Engel. Boah, so schön. Ja. Ui, ei, 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 ei. Alter Schwede. Hallo, ihr rohen Stöffchen. Hm. Ich hab grad bedrohliche Musik. Hm? Ein Cello. Achso. Ich glaub das ist einfach bedrohliche Untergrundmusik. Als könnte mich dieser Untergrund hier bedrohen. Hier sind so viele Rohstoffe. Das ist aber echt krass. Hier sind wirklich viele. An jeder Ecke. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Eine Fackel aufhängen. Da oben ist ja nischt mehr. Hüt. Dann geh ich mal hier runter. Ich komm auch bald mal wieder hoch. Was denn? Kommt da denn alles runter? Ne mega Kiesschicht. Geil. Kalt, kalt. Was denn? Hast du grad deinen Dachboden ausgemistet? Oder? Hm? Ich hab grad die Bauchdecke aufgeschnitten. Huch. Schon wieder so'n Fortsvieh. Fortsvieh. Otti Fischer oder was? So, Fortsvieh ist tot. Nein, Otti. Bulle. Alter, wie viele Rohstoffe. Leck mich doch am Arsch. Krass. Gerade nicht, Tobi. Kann ich mal sagen, sonst immer gern? Ja, das wär eklig irgendwie. Ja, irgendwie wär das schräg. Ja, irgendwie wär das schräg. Oh, noch mehr Gies. Musst du bestimmt aufpassen, wenn du so zu Prostituierten gehst, ne? Und sagst, leck mich am Arsch. Kost plötzlich... Kost einfach 50 Euro, die Beleidigung. Oh Gott. Huch, was ist denn jetzt los? So. Ich dachte, das wär ne Jobbeschreibung. Au! Was denn? Wir haben ja diese Drecksviecher, die so tun, als wenn sie freundlich wären und dann... ...hauen sie einem auf einmal auf die Fresse. Ah. Das ist ja... Alter! Lalalala! Ein kleines Minisanschen gefunden hier gerade. Da gibt's aber nur Pixel drin. Pixel! Okay, auf der anderen Seite haben wir... Oh, doch da haben wir noch ein paar Rohstoffe. Sehr gut! Und da oben ist noch... Alter! Ja, uuuh! Das hier fällt mir! Und ich dachte, ich bin gleich wieder oben. Wir haben aber echt Hungersnot, ne? Wir müssen echt langsam mal gucken, dass wir wieder was zu futtern kriegen. Ja, aber mir geht's noch. Und wir haben noch ein paar Seeds, aber wir bräuchten halt ein Zuhause, ne? Ja. Und dafür bräuchten wir einen Planeten, wo wir uns niederlassen. Ja, ist echt schwer. Ich weiß vor allen Dingen nicht, wo. Ich hätte ja gern diesen Planeten. Weißt du noch, dieser eine Screenshot? Ja, 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 ja. Das wär extrem geil. So, ja, so ein Planeten, das wär natürlich Ultimo. Aber ich glaube, das war ein Fake-Screenshot. Ich glaube, die gibt's gar nicht. Was? Leider, leider ja, Tobi. Leider ja. Leider. Leider, Leider. Leider, Leider. Seelen Schmerz. Seelen Schmerz. Seelen Schmerz. Oh, jetzt muss ich an den Tränenmond denken. Oh Gott. Hm? Ich muss immer an dieses Lied denken, was du damals mal gesungen hast. Ähmm. Äh, my brother stands in the door, oder sowas. Ja, in the Tür, oder? Genau, genau. I will die of hunger! Aber hab ich gefeiert, ey. War super. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dir jetzt bald neue Sims raus, ne? Ja, ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich vermisse die Schlümpel tatsächlich. Und ich hätte schon längst wieder angefangen. Ich muss es zugeben, ich hätte längst wieder angefangen. Ich glaube, die Natti hat auch gesagt, die hat schon alle Charaktere wieder nacherstellt. 1 zu 1 und hochgeladen. Äh, bei diesem Sims Social Exchange, oder wie das heißt, keine Ahnung. Und ich hätte schon längst wieder angefangen, wenn nicht Sims 4 angekündigt wäre. Deswegen warte ich lieber auf Sims 4 und gucke mal, was da so geht. Wenn ich mir jetzt noch Sims mit allen Updates holen würde. Also ein paar Sachen hab ich da, ja. Aber das, was mir fehlt, ich glaube, Sims mit allen Updates kostet, glaube ich, inzwischen so bestimmt 300 Euro, 400 Euro. 500 Euro aufs Team. 500 Euro! Alter, Finne! Ja, da sind halt noch die ganzen Essorciers-Sachen dabei. Ja, genau, genau, genau. Und ich würde es ja, wenn, dann auch nur komplett haben wollen. Ja, das hattest du, glaube ich, beim Wintersale an Weihnachten, konntest du dir das komplett kaufen für, ich glaube, 350, da war das reduziert. Ja, also ich bin Steam zwar sehr anfällig für Wintersales oder generell für alle Sales. Ich sammle da ja auch Spiele. Aber irgendwo ist es aber genug. Ja, 300 Euro für ein Game, das ist schon richtig krass. Ja, ja, ja. Und ich finde es natürlich toll, dass da Items nachgeliefert werden. In Klammern, die theoretisch teilweise auch hätten so schon mit drin sein können, natürlich. Da will ich jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, irgendwie. Aber ich finde es halt irgendwo schon krass. Ist krass, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man überlegt, was für eine Altersgruppe das Spiel halt anspricht. Ja, ja, ja. Und Frauen. Und früher, ja. Und früher war das ja so gewesen bei Sims 1, da kann ich mich noch dran erinnern, da konnte man das Zeug runterladen auf irgendwelchen Seiten, Kostenseiten oder sowas. Das kannst du aber, das kannst du aber immer noch. Ach, geht das immer noch? Ich dachte, das geht durch die Internetverbindung nicht mehr, weil sobald du das dann moddest, habe ich gedacht, wird man gebannt. Nee, nee, nee. Du kannst immer noch Sachen so nachladen oder reinladen. Habe ich ja dann auch bei den Schlömpels gemacht mit der Sailor Moon Frisur für Frikadeller und so. Ah, okay. Aber es gibt halt dann teilweise auch diese Seiten, die nehmen, und das teilweise gar nicht mal so wenig, die nehmen dann einfach auch Geld für so eine Sachen zum Runterladen. So Paypal und so, ne, geht das dann? Genau, was ich natürlich, ich kann es schon verstehen, ganz ehrlich, weil die geben sich auch Mühe, die erstellen auch den ganzen Content, die wollen natürlich auch sehen, wo sie bleiben. Aber wenn du dann Sims für 500 Euro gekauft hast und dann noch für so Custom Content, dann auch nochmal extra Geld ausgibst, also irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo ist ja auch mal der Zenit erreicht, oder? Ja, vor allem als Gamer hat man ja eigentlich nicht viel Geld, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, na gut, das kommt darauf an. Gamer ist ja heute schon relativ. Du kannst ja auch Banker sein und Gamer. Ja, das stimmt. Oder im Vorstand der Deutschen Bank sitzen. Nee, da hast du keine Zeit zum Gamen, da musst du abzocken. Nein, natürlich nicht, liebe Manager der Deutschen Bank, die hier bestimmt zugucken werden. Auf jeden Fall. Wie ist denn da? Goldmann Sachs? Nee. Hab ich vergessen. Vergiss man immer so schnell. Erst regen sich alle auf, dann haben sie alle wieder vergessen. Ja, ja, das... Den Namen Edati kennt in drei Monaten auch keiner. Mehr. Oder WhatsApp. Schreien jetzt alle... Auf, okay, auf, Datenschutz! Schreien sie alle auf Facebook rum. Höh, Datenschutz, ich brauch was anderes. So lächerlich ist es eh, ja, ja, genau, sobald das von Facebook übernommen wurde, jeder hasst es jetzt auf einmal und will was, was aber alle nutzen Facebook. Ja, ja, genau. Voll dämlich einfach nur. Verstehe ich nicht. Das ist immer so dieses Mitläufer-Mitschreier-Kultur. Ganz, ganz häufig, ganz oft, ganz traurig. Muss ich leider einfach mal loswerden. Und vor allen Dingen nie... Was auch super nervig war, als sie dann alle geschrieben haben. Ich hab Facebook für 94 gekauft. Oder für 79 Cent. Ah ja, WhatsApp, genau. Ah ja, WhatsApp, genau. Ich hab nur noch... Also beim ersten Mal musste ich noch schmunzeln. Ja, das macht dann jeder, weißt du. Ja, beim zehnten Mal war das eher so ein kritisches Schmunzeln. So ein Fremdschirm, ja, ja. Ja, so ein bisschen, ja. So, irgendwo gelesen und gleich abgeschrieben. Ein bisschen wie... Jemand anders. Hm? Hey, Materia. Ich hab Materia gefunden. Geil. Grüß mal. Alle haben Bock. Alle haben Bock. Ja, aber krasse Stimme, der Typ. Ja. Muss man mal sagen. Ist auch cool. Also die Musik ist von dem echt gut. Ja. Einer der wenigen deutschen Rapper, sag ich mal, die ich auch höre. Hab ich mit Walle mal ein paar alte Sachen durchgehört. Die waren eher noch so ein bisschen sehr experimentell. Und die waren aber nicht so geil. Die waren immer geil produziert, aber die waren irgendwie doch nicht so geil. Weil sie vielleicht ein bisschen zu experimentell waren. Und immer zu viel... Zu viel Basslein und zu viel dies, zu viel das. Aber die neuen Sachen... Respekt. Ja. Was ich bei ihm halt echt gut finde, ist, dass es nicht so ein Hip-Hopper oder so ein Rapper ist. So, du und so, ich fühle deine Mutter und so. Ja, wie man sowas noch hören kann, weiß ich eh nicht. Ja. Das ist aber, glaube ich, so ein... Ich weiß nicht, so ein junge Menschen-Ding. Wenn man über das Wort Pimmel feiert, weiß ich... Haben wir ja damals auch mit 13 gemacht. Ich glaube, dann kannst du sowas auch hören immer. Äh, Penis. Ey, ich spänge deine Mutter um den Block, Motherfucker. Weißt du so, hm. Aha, ja. Was ist denn jetzt die Aussage dahinter? Text. Hm? Text. Ach so. Ja, dann muss man das ja auch zehnmal sagen extra, damit es glaubwürdig erscheint. Aber in allen möglichen Varianten und mit allen möglichen Schimpfworten, natürlich. Natürlich, natürlich. Und es glaubt einem ja keiner. Ene mene Grütze. Ich kack dir auf die Mütze, weißt du? Ja, das ist mir schon wieder gut. Das würde ich mir schon wieder anhören. Was? Ach so. Vielleicht ist das so Agro Berlin 2.0. Die Kitzel Neukölln, hört hin. Ene mene Entenspeck. Ich bin cool und du bist wack. Wittu, wittu, wittu. Oh Gott. Ach schön. So. Ich habe ja gerade noch eine... einen Sandflöts beglückt. Also ich grabe mich ja quasi hindurch. Durch einen Sandflöts. Ja, ich gehe gerade nochmal mit dem Planet hin, aber irgendwie... Haben wir den schon abgegrast? Ja, ja, ich glaube schon. Deswegen, ich gehe jetzt mal hoch und sortiere mal ein. Das ist gut. Immer gut. Hier, ich nehme mal ein bisschen Schmucke Kohle mit. Ich bin aber auch schon im Weg nach oben. Ich habe ja schon Musik wieder und so. Also, ich bin auf dem aufsteigenden Ast. So. 413 Silber haben wir. Also habe ich gefunden. Geil. Also, rohstoffmäßig sind wir dann echt wieder am Start, ne? Ja. 400 Gold. Passt eigentlich auch. Brauchen wir nur noch die nächsten... den nächsten Kisten-Wipe abzuwarten. So, dann kotze ich. Den Strahl. Aber du darfst die Kotze nicht in die Kiste legen. Denk dran. Nein, meine Kotze ist weg. Ob es auch Leute gibt, die Kotze sammeln? Bestimmt, ne? Ah, egal. Du warst doch schon mal bei Domian. Hättest du ihn mal fragen müssen. Das wäre mal... Ne, ich war ja nicht da. Ich war ja bei 1Live. Und da lief uns der Domian über den Weg. Nicht, dass jetzt irgendwelche... Ach so, so war das. ...missverständnisse auftreten. Ist aber ein ganz lieber der Domian. Ja. Ganz ein lieber Mann. Alter, wie viel Gold kann man finden? Ach so, dann geht der. Naja, so viel war das jetzt nicht. Sag auf den ersten Blick so aus. Wie viel war es? 27, naja. Puh. Tobi, sammelst du eigentlich Sand? Ich habe ganz viel gesammelt für dich. Ja, Dry Dirt und was ich denn hier alles gefunden habe. Gravel. Ja, ja, ja. Pack ich alles gerade in die Mülltonne. Was? Oh, ich habe Ice-Tea gefunden. Geil. Mit dem hänge ich jetzt ab eine Runde. Hammer. Sag ich mal, er soll wieder ein Album rausbringen. Obwohl, ne, sag ich nicht lieber, er soll es lassen. Ice-Tea, mach doch endlich mal wieder gute Musik. Was war das? Westside Connection. War das Ice-Tea oder Ice-Cube? Scheiße, ich habe es vergessen. Äh. Hm. Weiß ich gar nicht. Hm? Weiß ich gar nicht. Kennt auch kaum einer. Heutzutage vor allen Dingen. So. Okay. Das ist scheiß Waffen, ey. Das ist doch blöd. So. Du willst mir weiß machen, du fuckst mich ab mit deinen scheiß Waffen. Geil, Alter. Ich werde sofort, äh, ein Label joinen. Musst einfach nur Bushido dissen, dann bist du ja ganz groß. Hat er nicht White-Titi gedisst? Ja, ja, ja. Und ich freue mich schon auf den Rückdiss von White-Titi dann. Ja, also erstens, alter, erstens, nee, kann es nicht bringen. Und zweitens, also jetzt mal bei aller Liebe, also das, wenn das nicht eine der billigsten PR-Aktionen überhaupt war, also das fand ich, weiß ich nicht. Oh, 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 warte. Oh, Rohstoff. Oh, 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 Rohstoff. Entschuldigung. Also für mich war das einfach nur eine mega billige PR-Aktion, also weiß ich nicht. Von Bushido? Ja, ja, Bushido hat so viel mit White-Titi zu tun, wie der Papst mit Analsex, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei, nee, das möchte ich gerne revidieren. Weniger, wesentlich weniger. Aber der will ja alles zerstören, ist ja sein Motto. Achso, der will alles zerstören. Hast du das Lied angehört? Nee, nee, aber das sagt er ja immer. Achso, der will alles zerstören. Hm, 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 okay. Ich muss generell auch mal ein bisschen asozialer werden und ein bisschen mehr, äh, äh, Menschen zerficken. Dann kriege ich nämlich vielleicht auch ein Integrations-Bambi, weißt du? Ja, den hat er sich aber auch verdient gehabt. Ja, du Hurensohn, das ist wahr. Ja, aber du musst dir noch so einen Taliban-Bart wachsen lassen, bitte. Ja, hatte ich auch schon fast, aber leider ist da nichts draus geworden. Wobei, ich möchte Männer, ich möchte Menschen nicht wegen ihres Bartes verurteilen. Das habe ich gerade fast Männer gesagt, das gilt aber auch für Frauen. Ich möchte Menschen nicht wegen ihres Bartes verurteilen. Es gibt auch Frauen mit Bart. Zum Beispiel bei... Ja, mit Badezimmer. Mit Badezimmer? Ja. Gehen Sie bitte ins Badezimmer. Gab es nicht irgendwo... War das mal schwer verliebt oder sowas? Oder eins von diesen Superformaten, wo es um die wahre Liebe geht im Fernsehen? Äh, also um die wahre, wahre Liebe. Um die wahre Bedeutung von Liebe sozusagen. Wo dicke Menschen immer mit Essen in der Hand gezeigt werden, weil das lustig ist. Ähm. Und da war irgendwo auch diese bärtige Frau dabei. Bei einem von diesen Formaten. Da dachte ich am Anfang auch noch. Äh, äh. Und dann dachte ich mir aber, hm. Ist eigentlich nicht so schlimm. Meist es aber nicht Beate, oder? Hieß sie so? Oder war das jetzt ein Witz? Nee, nee. Es gibt... Beate gibt es. Von Schwiegertochter gesucht. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Genau, genau. Das war's. Und die hat doch dann irgendwie so eine Lesbenbeziehung eingegangen und sowas. Ja, und ist nach Australien und sowas. Ja, ja. Ja, ja. Weil die erst in der Sendung festgestellt hat, nach irgendwie 40 Jahren Lebenszeit hat sie festgestellt, dass sie lesbisch ist. Zufällig in der Sendung. Natürlich, natürlich. Ja. Ja, das hat sie wahrscheinlich bei Vera gesehen, wie das geht. Ja, ja, das glaub ich. Die Vera ist auch lesbisch, ne? Ja, 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 ja. Ah, okay. Die zeigt nicht nur mit dem Finger auf alle Sachen und sagt Fäkalien, sondern die ist auch lesbisch. Fäkalien! Ja, 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 stimmt. Macht die Vera eigentlich noch irgendwas? Äh, ja, irgendwie Müll in andere Leuts Häuser packen und dann RTL-Verfilmung. Macht die das noch? Ich hab die schon ewig nicht mal gesehen irgendwo. Nee, ich glaub, die Sendung gibt's ja leider nicht mehr. Aber ich hab die immer ganz gerne geguckt, bis ich dann gewusst habe, wie die wirklich gefüllt wird. Ja, ja. Dass die da wirklich noch mehr Müll reinpacken, als es überhaupt vorher drin war. Ja, ach, das ist doch bei allen Sendungen so. Allein bei diesem, wie heißt das nochmal? Frauentausch. Das fing ja mal als ehrliches Format an und dann, naja, war es wohl nicht Action genug oder den Zuschauern war es nicht genug. Die Quoten gingen runter und dann haben sie nach Drehbuch gemacht und alles, haben die Leute voll verarscht und dann plötzlich gingen die Quoten wieder hoch. Und daran siehst du, das wollen die Zuschauer ja eigentlich genau so sehen. Ja, wobei ich Frauentausch schon wieder irgendwie Entertainment finde. Ich weiß nicht, also dieser Assi-Andi, ich weiß nicht, ob du den kennst. Halt, stopp. Achso, ja, natürlich. Natürlich. Jetzt will ich! Genau, das ist schon wieder Entertainment. Oder die eine, die, äh, wie hieß die nochmal? Die sagt, dass Kinderschokolade gesund ist wegen Milch. Ach ja, mit hier Erdbeerkäse. Nadine Erdbeerkäse. Ja, genau, 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 ja, genau die. Äh, aber, 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 trotzdem weißt du nicht, in welchem Zusammenhang das so gezeigt wird und was davon war es und was nicht. Ob der, komisch, wie hieß der, Agro-Andi? Nee, wie hieß der nochmal? Ja, Andreas hieß der einfach nur, glaube ich. Genau, Andreas. Rönnberg. Nein, der macht Spiele. Ähm, da weißt du halt auch nicht, äh, genau, ob der das nicht vielleicht zum Kamerateam gesagt hat oder sich wegen dem Kamerateam aufgeregt hat oder sowas. Du weißt es halt nicht. Manche Leute fangen an zu heulen, weil die Dreharbeiten so unausstehlich sind und die unter so einen psychischen Druck gestellt werden ohne Ende. Und das wird dann gefilmt und ganz anders dargestellt und sowas. Hm, na ja, klar. Ja, das ist schon, ist schon ein hartes, hartes Geschäft auf jeden Fall. Aber es ist halt Entertainment, ne? Ja, und die Menschen werden einfach psychisch kaputt gemacht und dann zum Amüsement der anderen, die es leider genauso haben, wollen sich dann aber darüber aufregen. Ja. Und bei der Supernanny wurde angeblich ja der Hund vergiftet, was nie bewiesen wurde, deswegen weiß man es nicht. Also vom Team natürlich, damit da mehr Emotionen reinkommen. Ach, krass. Ja, und das ist, äh, Oh. Irgend so eine Sache, weiß ich nicht. Im Kamerateam hätte ich aber was erzählt. Ja, stell mal vor, du kriegst da irgendwie 50 Euro Gage oder was sie da kriegen, oder sagen wir mal 200, keine Ahnung. Irgend so einen lächerlichen Betrag für deine, für deinen Seelenstrip oder dafür, dass du kaputt gemacht wirst und verlächerlicht. Und dann wird auch noch dein Hund vergiftet. Boah. Hm. Geht gar nicht. Und sowas dann auch noch. Und vor allen Dingen, ich glaube, es gibt sogar, es gibt sogar Filmmaterial, wo die Nanny das selber sagt oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Hab das jetzt nicht mehr so richtig im Kopf. Und, äh, das ist natürlich eine Sache, wenn man sich so als sauber Mensch da hinstellt und auch in den Medien präsentiert und dann so scheiße, also richtig so scheiße ist. Also ganz ehrlich, da hab ich auch gar keine Worte für. Könnte ein Grund sein, warum es das nicht mehr gibt, die Sendung. Das kann passieren, das weiß ich nicht. Letzten Endes weiß man es nicht genau. So, ich grabe mich grad übrigens nach oben wieder. Boah, wir fangen hier richtig an mit Themen und sowas. Ist ja ekelhaft. Ja, bin ich gut. Ja, stimmt. Überleg nur gerade, wo baut man denn die Dula-Stil-Rüstung? Am Roboterarm-Gedingse. Ah, da drüben. Deswegen haben wir es nämlich nicht gefunden, weil alles andere über einen Amboss gebaut wird und das ist am Roboterarm-Gedingse. Das ist der wissenschaftliche Ausdruck dafür. Gibt aber nur eine Pressplate und einen Helm, ne? Nö, eigentlich sollte es alles geben. Also ich habe sowieso andere Sachen als du wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ach hier, tatsächlich. Ja, Greaves, Helmet und... Hallo Tobi! Hi! Pfff. Hammer. Ja, das war eine kurze Freude. So, muss ich da irgendwas reinlegen? Nee, ne? So, mal kurz gucken. Was habe ich denn an Batterie? Alter, 504 Copper ist natürlich schon. Schönen 306 Titanium. Da haben wir ja genug erst mal. Ja, ja, Rohstoffe haben wir wieder ganz gut dabei. Das ist echt gut. Haben wir viel geschafft in zwei Folgen, ne? Oder ist das schon die dritte? Drei! Drei Folgen! Okay, haben wir nicht ganz so viel geschafft in drei Folgen. Hast du Hunger oder ich? Du, ne? Nee, nee, ich habe Hunger, ja, ja. Brauchst du was zu essen? Nee, ich glaube, ich habe noch einen Kuchen oder so. Oder ein Brot. Warte mal. Ah, okay. Sag Bescheid, ich habe noch ganz viele Melonenstücke. Oh. Melonen Eis. Guck mal hier. Ach, geil. Geil, Alter. Du geile Roboterschlampe. Ja, ja, ja. Hm. 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 So. Revolutionary Spons. And Bandana. And a jacket. So, ich sehe gleich total cool aus. Das wird voll den Unterschied machen, wenn ich das jetzt unter meine Doktor-Kleidung anziehe. Ich bin gespannt, wie ich jetzt aussehe. 73. Alter. Wie in der Blechkiste. Alter, du siehst aus, du müsstest dich gleich in Dosenöffnung holen. Oh, ist das scheiße. Alter, habe ich mit dem Affenkram mehr Glück gehabt. Hättest du mal was gesagt? Ich hätte dir das gecraftet. Du kannst ja auch meine Klamotten anziehen, ne? Nee, das haben wir schon mal ausprobiert. Das geht, glaube ich, nicht. Ging nicht? Nee, nee. Ich glaube, das ging nicht. Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz. Also, der Affe sieht dann so aus, übrigens. Ach, geil. Mit Feenflügeln hinten, die jetzt total gut passen. Ja, das sieht schon wieder cool aus. So, ich mache die Feenflügel vielleicht mal weg. Den Rocket Jump hast du, ne? Sowieso schon, oder willst du den haben? Nee, Rocket Jump habe ich schon. Hm. Habe ich den Rucksack noch oder habe ich ihn in einer der Kisten getan, die verschwunden sind? Äh. Ich glaube, ich habe ihn bestimmt in einer der Kisten getan. Das ist doch ärgerlich. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Da habe ich noch 1000 Erde, die können weg. Da habe ich noch 337 Zeugs, das kann weg. Habe ich den Rucksack echt nicht mehr? War ich so schlau, den abzulegen? War das aber auf dem Rucksack? Ich weiß nicht genau, was der gemacht hat, aber der sah sehr cool aus. Und es war ein cooler Rucksack. Verdammte Axt. Ist das eine zweite Klamottenkiste, die du dir hingestellt hast? Ja, ja. Ah, okay. Dann packe ich mal eins gleich dazu. Mein wissenschaftliches Outfit. Ich hoffe, das verschwindet nicht. So. Wie rohstoffmäßig geht das aber mittlerweile echt? So. Sieht lustig aus einer Kiste. Ähm, und ich packe mal... Gib dir mal dein Drill. Die Fairy Wings packe ich da rein. Mein Drill. Oh, du bist ja lieb. Warte. Mein Drill hier. Okay. Soll ich Rohstoffe nachführen? Jetzt fühle ich mich verarscht. Du, du bist ja lieb. Silber hast du noch? Alter. Ich habe noch so viele Rohstoffe. Ich glaube, ich packe jetzt auch mal ein bisschen was in den Ofen. So, Copper packe ich mal in den Ofen. Damit wir da mal ein bisschen Platz schaffen, ne? Ja. So. Ansonsten. 471 Silber. Oh, da haben wir auch schon, kommen wir auch schon in den Tausender-Bereich. Da packe ich mir mal die Tausend ins Inventar und packe mal die 172 dahin. Gold haben wir jetzt 957. Boah, wir haben echt abgeräumt. 250 Diamanten ist auch nicht so schlecht. In zwei Folgen ist das schon echt super eigentlich. Ich muss mal ganz kurz nur... ... deinen Schmelzvorgang unterbrechen, weil... ... ... Wir schalten kurz in die Werbung. Oder wie mein Freund Chewbacca sagen würde... ... ... ... Ach ja. Und was macht der nochmal? Ich bin so doof. Äh, Hiker-Backpack. The perfect backpack to store all the essentials for exploring. Ich weiß aber nicht, was man mit dem macht. Ehrlich gesagt. Hm. Pla, 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 plat, plaga, plap, pla, plapp, 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 plapp. Ähm. What is dit? Das ist alles sehr toll. Ach du heilige, ach du heilige, was ist das denn alles? Oh, danke. Zur Freude. Äh, wat? Na toll, klappt ja super. Ähm... Ach! Oh. Aha. Das war's jetzt schon? Das war's. War ja super. Hey, joo! Hohoho, kein, kein Beifall bitte. Äh, warte. Na, willst du mich verarschen? Immer wenn ich ins Menü gehe, fängt an zu spielen. Komische Stücke sind das hier teilweise. Ey, geil, danke. Hier, Material. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Gitarrensolo! Klappt super. Du musst deinen Sprung noch machen. Ja, hier, ich nehme das ganze Hotelzimmer auseinander. Bei klassischer Musik. Du bräuchst eigentlich jetzt deine Knochenwaffe noch dazu. Oh ja, Alter, dann würde ich ja echt alles zerlegen. Huch, was war das denn? Ach, das war Stimpack, ne? Ähm, Rockkonzerte. Da gönnt man sich öfter mal ne Spritze, ne? Stimpack, stimmt. Sollte ich vielleicht doch mal mitnehmen? 19 sind da noch. Brauchst du noch welche? Ne, ich hab 31. Ich verstehe. Na ja, dann. So. Ich werde die wahrscheinlich eh sehr selten einsetzen, wie ich mich kenne. Ne, die helfen aber schon, also sind echt gut. Ja, aber ich geh da oben wahrscheinlich im Menü einfach gar nicht drauf, teilweise. So, ey, was macht denn der Vorgang hier? Ach, der ist immer noch am Köcheln. Dann sortier ich doch noch ein bisschen ein. Ich hab gesehen, ich hab noch 89 Platinum. Damit haben wir 239, was nicht ganz so viel ist. Hier hab ich noch einen Silver Bar. Hier hab ich noch einen Titanium Bar. Ich hab mal unseren Dings ein bisschen aufgefüllt, wieder unseren Fuel. Huch, da hab ich ja noch zwei Red Stimpacks. Ah, sehr gut. Kohle, wie viel Kohle hab ich dann? 626. Ah, wir kommen also wieder weiter. Sehr gut, sehr gut. So. Die Diamantspitzhacker hast du die behalten? Ne, ne? Doch, ich hab die mal oben im Inventar gelassen. Ich glaub, ich schmeiß die da mal weg oder so, weil wir brauchen die eigentlich gar nicht. Wie? Eigentlich nicht so wirklich. So, weißt du was? Ich möchte jetzt meine Meinung über diese komischen... ...über diesen Kisten-Bug kundtun. Wo geht denn das hier? Äh... Ich verliere mein Gesicht. Robert M. Das Opfer. Ähm... Mist, der passt hier gar nicht mehr hin. Wollt hier grad zwei Stühle eine Meinung machen. Du glaubst, du kannst den anderen noch ein Stückchen zurücksetzen. Einen Block. Ja. Wackelt die Schüssel. Hab ich grad geknattert. So, warte. Alter, ich find die immer nicht hier in meinem Inventar. Vor allem, wenn das so weit unten links ist, dann seh ich das gar nicht, weil ich so weit rechts sitze. Ne, das passt nicht. Oh, schade. Leider nicht. Tut mir leid. Naja, komm. Scheiß drauf. Ahaha! Okay. Haben wir denn noch in irgendeiner Kiste hier oben Platz? Ich müsste nämlich noch ein bisschen krempellos werden. Was ist das denn hier? Ich glaub, eine Kiste ist glaub ich sogar noch komplett leer. Event-Memo. Ja? Ganz links. Ja, cool. Dann schmeiß ich hier nochmal ein bisschen Zeug rein, auch. Was ich noch so übrig habe. Auch die Toiletten und sowas. Dirty Mattress. Security Camera Station. Und... Ich hatte noch was. Ah ja, die beiden Türen zum Beispiel hier. Und ganz links, die ist noch leer? Ja, fast zumindest. Ah, Stim-Spawner. Stim-Merchant-Spawner. Geil. Da hol ich mal meinen Chef-Spawner hin. Ah, Doktor-Spawner hab ich hier, nicht Chef-Spawner. Das machen wir aber für unsere Hütte dann, ne? Ja, glaub ich auch. Und ich hab noch einen Chef-Spawner. Da haben wir drei Spawner. Geil. So, hier. Primitive Stuff. Graffiti. Small Floodlight. Small Turbine. Duschen. Torture-Bed. Floor-and-Prison-Bed. La-la-la-la-la. Volcanic Plant. La-la-la-la-la-la. Ach, die Rohre. Die Scheißhaus-Rohre kann ich jetzt nirgends mehr reinlegen. Scheiße. Wieso sammeln wir auch so viel Kacke? Hm? Hm. Wir sammeln viel zu viel Kacke. Ja, das Schiff ist halt aber auch echt langsam klein, ne? Ich hätte ja gern diese Mod installiert, mit der man das Schiff natürlich auch selber ausbauen kann. Das Problem ist nur, das Schiff wird dann resettet. Und dann, warte mal, ich glaub einen Platz hab ich noch gefunden. Ich hab da mal noch ne Kiste hingestellt hier so. Ah, super. Die hab ich noch gefunden gehabt. Super. Pack ich das mal da rein und Toxic Waste Barrel, pack ich mal. Pack ich mal die Security Camera Station rüber, dann bleibt das hier mal zusammen. Und hier war auch noch irgendwo ein Rotlicht. Milieu? Ja, ja, ja. Rotlicht! 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 Aber wenn man zu oft in diese Kisten reinguckt, wird man auch irgendwann bräsig, ne? Das Geräusch dazu auch immer, ja. Naja, aber auch so diese ewige Reingucken und immer was Neues und immer diese kleinen Icons. Boah, da werd ich irgendwann bräsig, wenn ich da dauernd versuche alles in Übersicht zu sehen. Tobi? Ja? Was machst du da? Ich spiel an meinem Knüppel. Du hast gar keinen, hast du das vergessen? Doch, jetzt hab ich einen. Tobi? Hm? Muss ich dich wieder deaktivieren? Nein. Hm? Nein, 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 nein. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist? Ja. Bitte merk es dir doch. Tobi? Ja? Was hör ich da? Ich weiß nicht. Ich hab auch einen Kreissägenfetisch. Was ist dieses mir sehr wohlbekannte alte Geräusch? Schleifst du dir grad die Arschritze oder was? Warte, warte, warte. Vor allem, wie da diese kleinen Totenköpfe rauskommen. Dreh dich mal um. Das ist ein bisschen eklig, auch mit dem Zweig zwischen den Arschbacken. Tobi? Hm? Wie? Hm? Niech mal. Wir werden echt nie alle. Es ist so. Okay, pass auf. Jetzt geht's los. Kommt die Schwiegermutter oder was? Das ist der Vera in ven Titelsong von ihrer neuen Sendung. Vera. Am Mittag. Vera macht Mittag, alter. Hier, hier, Vera macht Mittag. So, ähm, ähm, ja, Rohstoffe, ne, äh, was haben wir, ach hier, 500 Dinger, ist fertig, dann hau ich mal 500 Silberohrst da rein. Ich weiß, ich glaub, die werden wir gar nicht mehr so richtig brauchen. Ach, da unten haben wir noch Platz für Essen, stimmt ja. Das Essen, was wir hoffentlich irgendwann wieder finden. Ja, irgendwie hab ich jetzt auch relativ wenig Fleisch gefunden. Ja, ich hab zwei Fleisch, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir auch sehr unterirdisch waren. Ja gut, das kann natürlich sein. Was machen wir mit den anderen Kisten hier oben? Rechts könnten ja noch Rohstoffe rein, oben rechts, ne? Ja. Und unten, was, unten machen wir einfach nur Nahrung rein, ja, ne? Ja, würd ich sagen. Gut, was ist das hier? Das sind Seeds, haben wir hier noch eine Seed-Kiste eigentlich. Ah ja, die ist aber voll. Und die auch. Na, ist ja, herzlichen Glückwunsch. Graffiti hab ich da noch, eins. Oh, das sieht, was ist denn da unten drunter? Pilz? Warum? Ich mein... Ist das Einzige, was ich jetzt gerade dabei hatte. Ich hab eigentlich nach Holz geguckt, aber ich hab kein Holz mehr. Sieht nicht mal lecker aus, ehrlich gesagt. Ne, irgendwie nicht. Ah, ist jetzt dein Problem. Warte. So. Warte mal. Ich hab ein bisschen Angst. Ich bin gleich wieder da. Ja, geil. Ich hab eine neue Waffe gecraftet. Will was? Die macht, äh, warte. 86 Schaden. Was? Ja, 86. Die kann man sich hier craften, mit Dura-Steel-Bars. Oh, da guck ich mal ganz kurz. Hab ich auch was Affenmäßiges? Uuuuuhhhhhh. 125 Schaden, aber das ist nur eine Schwingwaffe, die ist scheiße. 100 Schaden. 133. 100 Schaden einhändig. 100 Schaden einhändig. Two-handed. Two-handed. 133 Schaden. Nehmen wir, dass du das die Linke hauen. Danke. Two-handed. 125. Bei 100 Damage per Swing. Und die hat 133 bei 120 Damage per Swing. Ob ich mal das hier und... Tut mir leid, ich muss das mal probieren. Wie kostet das? Wo kommen die Waffen denn auf einmal her? So, pass auf. Ich muss das mal gerade ausprobieren. Pass auf. Mal folgendes. So. Oh, das sieht schön aus. Ach, geil. Ein Säbel. Warte. 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 Alter. Und beide machen 100 DPS. Alter. Das heißt, das muss doch jetzt mega abgehen. Hast du nochmal die Dura-Steel-Bars gerade? Okay, warte. Ich muss ein bisschen Rhythmus reinkriegen, wenn ich das abwechselnd mache. Alter. Ich bin der Schaschlik, Mann. Ich bin der Schaschlik, Mann. Komm mal ran. Komm mal ran. Ich bin der Schaschlik, Mann. Alter. Warte, Dura-Steel-Bars möchtest du gerne? Wie macht man denn, wie nimmt man denn zwei Handwaffen mit L und R wahrscheinlich, ne? Ich hab's, genau. Ich hab's mir einfach auf L und R gepackt. Warte. Dura-Steel wolltest du haben, ne? Hier, bitte. Alter. So, warte. Wo ist denn, wo sind die denn? Da. Hallo. Juhu. Geil. Warte, jetzt muss noch einer von diesen kleinen hier machen. Die ja auch auf 1 und 2 nehmen können, oder? Oh, weil ich immer noch ein Freund von Two-Handed bin, muss ich ja zugeben. Aber ich werd's auch mal so probieren. Hehehe. Alter. T-t-t-t. Kling, 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 kling. Ich würd sagen, mit den neuen Waffen und den neuen Rüstungen können wir in der nächsten Folge ja eigentlich wieder in den aktuellen Sektor zurückgehen, oder? Äh. Äh. Peter, what do you doon? Äh. 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 Den Brian kann's aber richtig gut. Ja? Ja. Ich hab den ja auch synchronisiert, das wissen ja die wenigsten. Äh, Peter? Nee, ich krieg den nicht mal hin. Peter? Nee. Oh Gott, die Lois. Ja, genau. Hat so ne schräge Stimme. Oh Gott. Und den Chris konnt ich auch mal, verdammt. Der hat auch so ne ganze Retard. Äh. Ja, krieg ich nicht mehr hin. Schon lange her. Komm, wir lachen. Äh. 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 Oh, das ist bescheuert. Geil. Boah, da freue ich mich an der nächsten Folge, wann das die mal ausprobieren und dabei kläglich scheitern und zeigen, was für Versager wir sind. Das wird super. Das hier? Das hier? Woran erinnert dich das? Auch in irgendeine Family Guy-Folge. Achso, ach, mit dem Chicken meinst du? Nein, nein, das erinnert mich an Monkey Island, Stan. Stimmt, stimmt. Warte mal, können wir ja hinten links und rechts gehen? Geht das? So ein bisschen synchron? Warte mal. Geh mal los, irgendwo hin. Achso. Beim Kämpfen. Komm mal nach links, nach links jetzt. Okay, pass auf, wir kämpfen jetzt. Ich fühl dann hier so eine epische Kampfmusik an. Okay, okay. Okay, warte, ich muss mal ein bisschen links und rechts gehen dabei. Bauer. Boah, Vorsicht! Ne, klar mega petites Schiff, krass. Wurr, au, au, au. Ach, schlafen. Oh, okay, ha, ha, ha. Hier kriegt er mich nie, ha, ha, ha. G sour, ah, ha. Oder ist er nur hin? Oh nein. Okay, jetzt mit Schmackes durchs Schiff, auch auf den Regalen. Komm. Ja, wenn du dich traust. Und jetzt einmal quer durch die... quer durch den Ofen. Wie bist du denn, worfst du hin? Ich bin, äh, überall nirgends. Ah, haha! Oh nein, oh nein! I will winch, my father's death! Oder irgendwas anderes. Epische Stimme hier einbauen. Genau, genau, genau. Du wirst bezahlen für deine Taten! Das macht 3,50. So, ich glaub, das reicht jetzt auch, ne? Ja, ich glaub, das reicht. Ich muss jetzt auch was essen. Tschüss! Tschüss! Alter, wenn das nicht der epischste Kampf war, der jemals bei Star Wars und ausgefochten wurde, dann weiß ich aber auch nicht, Tobi. Ja, ihr müsst euch einfach PvP dazu denken, dass wir jetzt eigentlich schon fünfmal gestorben wären. Genau, genau. Wir sind ja auch quasi fast im X-Sektor. Ne? Aber nur fast. Und, äh, da soll's ja bald PvP geben. Das wird böse. Und ich weiß schon jetzt, wir dürfen uns da nie blicken lassen. Ja, ich wollt grad sagen, das kommt nie mehr voran. Das wird unser Ende einfach, das wird unser Untergang. Aber auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge dann wieder mehr aus dem nächsten Sektor, wo wir unsere Waffen ausprobieren, die neu sind. Geil! Super geil! Richtig geil!